Es war erst der 9. September. Ich war erst am 3. März dort. Möwen sind auf Zeit hier. Jedes Jahr ab November. Die Blätter färben sich golden. Machen sie eine Bootsfahrt in diesen mysteriösen See. Touristen stören hier nicht die Ruhe. Menschen und Landschaft bilden ein schönes Bild. Eine Nebelschicht auf dem See im Herbst. Der Himmel und der See sind blau. Möwen fliegen. Heile den Geist. Auf geht es. Lassen Sie sich das nicht entgehen.